So und damit seid gegrüßt zu Dungeon Nr. 3 hier in Kechistan. Dieses befindet sich dann hier unten und nennt sich Zuflucht des Abtrümmigen. Und der Aspekt den wir dort bekommen ist für den Jäger. Kostsicher. Vielleicht ist das einer der Aspekte die wir für die Skillung benötigen. Töte 3 Hüter. Okay, dann töten wir 3 Hüter. Machen wir. Lieber Hüter als Hydras. So. Ich hatte übrigens geguckt. Ich hab mich da nämlich leider etwas verskillt. Ey. Was war das denn? Ist jetzt aber behoben. Schaden ist wieder da. Also daher kein Problem mehr. Ja und wir sind ja hier noch im Mid-Game. Lustig wird es dann ab Stufe 75. Ich werde mit Stufe 60 das Dungeon schon einmal versuchen, um halt Stufe 4 hier bereit zu spielen. Oh schön. Nächste Tiefe. Ui. Sag mal, die gehen mir auf den Senkel. Ja. Ja, 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 ja. Komm. Mach nen Schuh. Und tschüss und weg. Puh. Da habe ich aber gerade einen Schrecken gekriegt. Ja. Ach, da kommen wir dann später rein, wenn wir den Schlüssel haben. Ah, Scharf schützen. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Na, gleich ist vorbei, ne? Jupp. Jetzt ist rum. Egal, macht nichts. Hör, die Tür, mach auf. Das Tor, mach weit. Ich weiß gar nicht, gar nicht Bescheid. Ah, sorry. Äh, wieso sage ich da eigentlich, sorry. Na, egal. Auch du mit deinem Licht. Und, hat dir das was gebracht? Nö, also. Beschwer dich nicht. Na komm, das Zepter nehme ich mit. Ah, da haben wir den ersten Boss. Oh, eisige Winde. Ähm. Oh, eisige Winde. Der ist weg. Na gut. Wenn er der Meinung ist, er müsste uns in den Weg stehen, bitte schön. Selbst in Schuld, würde ich sagen. Okay. Okay. Ich denke mal, der nächste dürfte hier irgendwo versteckt sein. Oh, je, 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 je. Ah, da muss, da habe ich gerade nicht wirklich aufgepasst. So. Erreicht doch. Dann dürfte der letzte wahrscheinlich weiter hinten sein. Ja, der äh, hat schon mal ein klein wenig länger überlebt. Es spricht für ihn. Öh, ja. Ja. Wie soll denn das werden, wenn wir Level 100 sind? Wenn die jetzt schon so droppen. Hm. Also mal gerade gucken. Och. Inventar geht ja noch. Ops. Forget it. Was will zu denn hier? So, weg mit euch. Äh, ich glaube, da habe ich die Falle ein bisschen falsch gesetzt. Aha. Man könnte es auch, glaube ich, das Dungeon der Schützenden nennen. Ah, da haben wir den letzten Gegner. Oh, mit Dunkelheit. Und da haben wir auch den Schlüssel. Was ist denn hier? So. Ja, und sorry, dass hier die ganze Zeit die Quest an ist. Ich weiß auch nicht, warum. So. Einmal schnell ausgeschaltet. Ja, äh, die Quests, die hier bei mir ab und an mal aufleuchten, das sind Quests, die ich, ja, so gedroppt kriege, die ich nicht, äh, normalerweise nicht annehme. Aber die werde ich halt zum Abschließen für die Gebiete dann natürlich auch nutzen. Weil da haben wir ja auch genug wieder ein Scharfschütze. Oh, du mit deinem... Oh, du mit deinem... Und wenn ihr mögt, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es hier in Kitschistan dann zum nächsten Dungeon geht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Resttag. Gehabt euch wohl. Euer Albtraumwolf, Wolf Mingan.